Für mich ist Verbindung mit den Freundinnen der Weg zum Schöpfer, zur Quelle, zum Ziel, der Scheim. Verbindung unter Freundinnen ist für mich Hoffnung. Verbindung unter Freundinnen ist ein Gefühl der tiefsten Darmwagge. Die Verbindung zu meinen Freundinnen gibt mir die Sicherheit, dass ich mich auf dem Weg zu unserem gemeinsamen Ziel nicht verehren werde. Durch unsere Freundinnen können wir die Verbindung zur höheren Wurzel erlangen. Verbindung mit Freundinnen ist für mich lernen, für andere da zu sein, Liebe aufzubauen. Die Verbindung mit den Freundinnen ist für mich ein Tanzen unserer Herzen im gleichen Takt. Das bedeutet für mich die Liebe zu den Freundinnen. Verbindung unter Freundinnen ist für mich gegenseitige Bürgschaft. Verbindung bedeutet für mich, wenn ich in meine Freundinnen investiere, sie mir dann auch wichtig werden, dass ich ständig an sie denken muss, für sie bete und sie einfach ein Teil meines Herzens sind. Dass es zwischen Zentrum und Zähne wirkt zurückschicken, Liebe für Schöpfer. Verbindung der Freundinnen ist für mich wie ein Gefühl der Wärme. Verbindung unter Freundinnen ist für mich Vertrauen. Verbindung mit den Freundinnen ist für mich Leben. Verbindung unter Freundinnen ist für mich Frieden. Verbindung unter Freundinnen ist für mich die Offenbarung des Schöpfers zwischen uns. Verbindung mit den Freundinnen bedeutet für mich Freude. Die Verbindung mit den Freundinnen für mich ist eine Medizin, die mir hilft, den Nächsten liebend zu lernen. Verbindung unter Freundinnen ist für mich von lauter Müttern umgeben zu sein, die nur das Beste für mich wollen. Also die Verbindung mit den Freundinnen bedeutet mir alles. Die Verbindung mit Freundinnen ist für mich die Chance und die Übung zu lernen, so zu sein wie ihr, liebend und gebend. Für mich ist Verbindung unter Freundinnen, emotionale Power, nein, nein, emotionale Halt, Frauenpower und Lobby's in the air. Lobby's in the air Lobby's in the air